Pass das jetzt genau auf eine Folge. Ja, äh... Willst du auch noch? Ja, ich nehm die Folge danach auf. Aber jetzt nehm die Runde danach. Du musst noch auf Ready gehen. Oh, ach ja, du hast auch auf 600 DM gebracht, okay. Ja, ich hab aber noch auf Wind auf Low gestellt. Soll ich euch nen Sub-Channel machen? Klar, mach. Ich hab übrigens den Wind auf Light gestellt. Ach nee, ach so, da. Okay. Nice. Und wir schießen jetzt beide gleichzeitig. Das ist ganz cool. In ner Runde. Okay. Sooo... Bendy, ganz leichter Wind. Du triffst hoffentlich mal. Und schießt jetzt mitten in den Boden rein. Bei mir. Ja. Ich weiß. Jetzt nicht mehr. Folia! Gut, wir haben beide nicht getroffen. Das passt ganz gut. An uns gehörst du eigentlich auch schon zu den Idioten? Ich? Ja. Heißt nicht? Nee, noch nicht. Keine Ahnung. Noch bist du hier nicht in ner Gruppe drinnen. Okay. Okay. No, wirst du Schendi. Double Damage mit Fröschen. Schendi, du kannst ihn mal einladen. Okay. Ich weiß, die Fröschen wäre für echt nicht gut. Ich glaub den Herrn Yannis kann man ja mal glaub ich vertrauen. Nein, kann man nicht. Nö, überhaupt nicht. Okay, dann geb ich dir wieder Voice. Feuer! Oh ne. Ich hab dir grad Channel Admin gegeben. Nein, ich hab dir Double Damage haben. Schluss wird sowieso nicht. Der Digger ist so scheiße, wenn Wind an ist. Ja. Merke schon. Er denkt sich halt einfach, fuck the shit arm out. No thanks. Don't mind me. I'm just grabbing my stuff and leave. Excuse me please. Ja, iss auch an euch schon mal gute Nacht. Ja, gute Nacht. Ich geh. Du wirst gesteinigt. Oder auch nicht. Oder das schwarze Loch, ne. Digga. So ein ganz bisschen hat er getroffen. Ach. Der wird schlecht sind sogar. Wow. Oh man. Wie wärs denn jetzt? Wait. Dammit. Horit. Dammit. Ne, Minipinga. Fuck my life. Digga. Wohl nicht so ein bisschen da halt. Wohl nicht so ein bisschen da halt. War fast nichts gegen. Okay. Ein bisschen noch die Flugbahn. Berechnen. Ja, denk dran du hast Wind. In meine Richtung. Ach nee. Okay. Ich weiß das mit dem Wind man. Ich weiß nicht wie ich's kalkulieren soll. So lernt man am besten. Ich mach das für nächste Runde wieder aus. Eindeutig. Oh ne. Ähm. Scheiße. Ich glaub das kommt zurück. Ja das kommt definitiv zurück. Ich hab das mit dem Wind. Nein, 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 nein. Ja gut. Ich hab immer auch Rüstung. Das passt halt. Oh. 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 Oh Nei. My life. Hey ich alle schon dass das echt schifsch Feedrill rausgehen wird. Ja. Neue Waffen. Da ist drauf ich werde jetzt dann auch das weg besprochen aber ich habe noch ein Schild Warte erlaubt an dich und ich habe meine Mutti und 20 damit unter 060 ja Spaß nein weh du schießt mich jetzt runter schießt uns beide runter ach man ich will wieder hoch ich bin dumm ich habe schon ich bin schon Erdbeben du schießt mich mit Kacken ab ja ich kann mich ja noch bewegen scheiße vergiss ich immer ich auch benutze aber recht sehr dann schieße ich dich jetzt auch mit in der Bruma du liebst immer noch ja liegt zwar mit einem Fuß noch im Grab aber ja ich habe mich halt ein Faktus 2 wie viel machst du noch 31 Leben welche Waffe könnte ich denn mal leveln um dich damit zu tun ähm ich benutze mal die Glock benutze ich mal den benutze ich mal Static wie machst du noch 6 wie machst du noch 6 ich habe mega Digger Der ist cool. Ready? Ready. Oh, ich kann ihn upgraden. Stell! Ich glaube, ich habe falsch geskillt, egal. Ich finde es aber toll, dass du ganz vorne bist. Fuck my life. Okay. Wir haben uns Level 47 am Gegner. Der trifft eigentlich ganz gut. Geh mal von aus. Wir haben übrigens eingeschickt, dass alle gleichzeitig schießen. Aber alle vier werden jetzt gleichzeitig schießen. Ich habe zwei Bounder, das ist ganz cool. Cool. Was heißt, zweimal Death Rate for free, sozusagen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht meilenweit drüber schießen. Wenn doch, wäre es echt traurig. Echt bitter. Ich hoffe, dass ich gerade treffen werde. Wenn meine irgendwo aufprallt, wird sie treffen. Habe ich noch eine Renate? Nö, habe ich nicht. Na, ich komme jetzt mit Double Damage. Ich komme nach. Mega Digger! Gehst du auf Merkel oder gehst du auf Naus? Ich gehe auf Merkel. Achso. Ich habe deine perfekte Bahn jetzt. Ja, habe ich gesehen. Mega Digger! For the win! Komm noch! Oh Mann! Ich wollte noch mal! Natürlich kriegen wir jetzt so ein Pack. Oder nee! Warte, was für immer von habe ich noch? Wenn du Double Damage triffst, wäre es der Hammer. Ja, den triff ich auf jeden Fall jetzt aber. Ach komm. Ich hole den Snake. Ah fuck my life! Ich habe 6 Damage gemacht. Das könnte mich zwar töten, aber ich probiere es einfach mal raus. Ich sage jetzt schon mal Lebewohl. Wahrscheinlich treffe ich jetzt auch am Ende wieder nicht. Dann kann ich kotzen. Noch. Oh, ich bin direkt zwischen allen von euch. Oh Mann! Mich hasst jeder. Ich werde nur gemobbt. Ich denke nicht. Ach komm. Horizon. Soweit Merkel weg ist, ist alles gut. Ja. Aber ich denke, dass ich vor Merkel weg bin. Aber ich denke, dass ich vor Merkel weg bin. Was macht denn aus? Er hat sich da... Ich hätte es so abgefeiert, hätte er sich selber damit Schaden gemacht. Okay. Achso. Nix von runter. Ja, die LeCard irgendwie nicht. Wieso auch immer. Hallo? Geht doch. Ach komm. Monde! Ich werde jetzt auch mit auf Merkel gehen. Damit der erstmal weg ist. Aber mit einer Arpen treffe ich wahrscheinlich wieder nicht. Wahrscheinlich triffst du da so Schmisch. Nein. Ich habe niemanden getroffen. Ich habe niemanden getroffen. Wenn dieser Kackberg hier nicht wäre, würde ich ihn töten mit einem Arrow. Habe ich so? Ne. Ich habe... Ach nee. Ich habe aus Versehen gelockt. Es geht ja drüben. So gut es geht mir. Jetzt kommt der Double Splitter. Nein, der kommt mit einem schwarzen Huch auf. Ich bin so verarscht. Nee, mit dem Ding. Okay, das geht ja noch. Ja. Jetzt kommt der Double Splitter. Nein. Ich hoffe es ist jetzt am Treffen mit einer Double Pipe. Wieso aussieht bist du doch nicht vor Merkle tot. Und zumindest bis jetzt noch nicht. Nauls geht gerade auf mich, obwohl ich halt noch... Ich habe halt noch voll raus müssen. Ach ne, ich mach mir selber grad. Ich hab ihn gequittet. Ok. Messer, Messer, ich messer ihn. Warte, wie viel Leben hat der noch? Da muss ich da auch noch mit rausschießen, damit der stirbt. Ich hab aber nichts zu kühlen vielleicht. Ich hab grad mal 60 neben noch. Und er hat 100... Er hat nicht mehr so... ...viel. Er ist halt auch tot. Jetzt gibt es neue Waffen für mich. Oh mein. Neue Waffen. Und ich hab... Na, es geht, was meine Waffen angeht. Irgendwie... Merke ich so, während ich meine Videos schneide. Hm. Irgendwie bin ich der... Ich und Sid sind die Ersten, die immer sterben. Ja, ich würd mir dabei Gedanken machen. Na gut, bei Sid... Sid wird halt gefokust von allen. Ich kann nur als Enden auswählen. Danke. Nudels! Und Sprouter. Ja. Ich hab mir noch ein bisschen mehr der Misch gemacht als er. Ja. Weil jetzt das geile ist. Ich hoffe, die ich jetzt habe. Davon hab ich zwei. Und die hab ich jetzt beide bei ihnen drauf. Ich mach mir jetzt ein bisschen mehr der Misch machen, aber egal. Spermien oder Frösche? Äh, Spermien. Noch eh. Beinmal. Ja. Vor allem, ich hab richtig viel auf Damage im Skill. Was heißt, ich werd jetzt richtig häufig Quids machen. Nur gar mit Double Damage. Wenn ich... Wenn... Wenn der... Dann holt sich den Double Damage. Ja, aber relativ egal ist. Jaaa. 600 gegen 520. Obwohl, ne. 647. Jaaa. Sehr spannendes Match bis jetzt. Jetzt seid ihr fast, äh, fast gleichstand. Jaaa. Jaaa. Ich hoffe, dass ich ihn da mit treffe. Weil die Waffe ist eigentlich zu stark, wenn ihn betrifft. Ja. Jaaa. Natürlich kommt er mit nem Pinger und die macht Hard Damage. Och, 10. Das ist vielleicht ja nur die einfache Pinger. Er ist genau in meine Bar gefahren. Hammergeil. Cool. Das heißt, ich komm jetzt mit nem Arrow. Wenn der trifft, macht das Hammerhard viel Damage. Oh, der trifft. Ach komm, geht noch. Ich hab nur noch 100 Leben mehr als er. Ja, ich weiß. Ich hab aber gar nicht. Aber echt scheiß Waffen nur noch. Ich glaub ich ne den Gang übrigens doch nicht mehr auf. Ich hab noch so viel Pro raus. Und gleich, beide fasst gleich auf. Also zumindest was tiefer angeht. Ja. Du bist zwar tiefer, aber hast mehr HP. Ja. Könnten wir gewinnen. Können wir. Ja. Na gut. Wenn alle Frösche direkt auf ihn springen. Mach schon Damage. Natürlich wird er Double Damage bekommen. Warum kriegst du kein Double Damage? Ja. Und halte es in seiner Fresse ist worden und ich da nicht treffe. Ne, jetzt irgendwas, irgendwas das richtig geht. Wahrscheinlich. Yo, da ist Double Damage. 92 Damage. Läuft. 92 Damage, hab ich gemacht. Okay, das macht doch ganz schön viel der Mäsch. 150 und 380. Oh, klar geht noch. Au. Jetzt komm ich halt mit den Angry Burst. Ja. Dann baue ich ihn jetzt ein bisschen hoch. Damit ich mich besser treffen kann. Schon. Sieg und Sieg. Wie macht der noch? Ah, 110. Das geht ja noch. Voll klar. Kann der noch auswählen? Und. Heute. Dein neue Waffen. Ähm. Erstmal den. Oh. Was für Waffen hast du bekommen jetzt? Was? Was für Waffen hast du bekommen jetzt? Ganz geile. So. Leif. Krass, Digga. Äh. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt in dieser Position einsetzen sollte. Komm einfach damit. Ich weiß noch nicht, ob ich damit treffe, aber. Spaß? Komm jetzt mit der Spaß. Kann nicht mit der Spaß ziehen, weil die so seltsam fliegt. Obwohl jetzt ist ganz geil. Jetzt kommt das hier. Woher kann ich drauf. Die Waffe macht voll Spaß, ne? Ja. Die macht echt voll Spaß. Wenn man sich meine Videotitel überlegt, aus Brain Out, mit, ähm, wo ich immer Spaß gespielt habe. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Das macht Spaß, ne? Ja. Hast du eine Granate? Der ist am Tod. In der Natsche habe ich ja was die geileres. Disco-Bogo. Ding, 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 ding. Genau das. Und dann mach ich den jetzt fertig. Ja. Ja. Ich hab mir gedacht, ich wäre jetzt nicht gestorben, ich hätte immer noch einen Driller gehabt. Äh.